Die Dakein Jolie Girls Handtasche kommt mit zwei robusten Trageschlaufen. Kleine Lederapplikationen geben der Tasche einen coolen Look. Mit einem magnetischen Druckknopf ist die Tasche einfach zu öffnen und bietet Platz für Magazine, einen Geldbeutel sowie ein Handtuch. Eine kleine Innentasche, die mit einem Reißverschluss einfach zu öffnen ist, bietet einen sicheren Platz für dein Handy. Untertitelung des ZDF für funk, 2017